Moin mo Leute, hier ist wieder mal der Captain Koch mit dem German Top CD-Shot vom 19. Januar. Ich darf euch heute erstmal den ersten Spieler präsentieren und zwar den Raw Enfew. Der holt sich erstmal den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten und weil es so schön war, holt er sich nicht nur den Multi, sondern holt sich noch den siebten. Und damit hat er eben erstmal einen schönen 5-Mann-Feed gerissen. Der wurde leider ein bisschen zerstört, denn sonst hätte es ein 7-Mann-Feed werden können. Also richtig geil, hier nochmal die etwas langsame Slow-Mo. Also schon geil gemacht, also habe ich auch noch bisher noch nicht so wirklich extrem gesehen, so eine krasse Rape-Action. Und hier kommt der nächste Clip von XX Schulze, der holt sich erstmal den Collateral Headshot. Und warum das nicht nochmal so schön, denn er holt sich erstmal nochmal einen Collateral Headshot und nochmal zwei schöne Single-Kills. Also wenn das nicht mal richtig schön, souverän geleistet ist, also ich finde das ziemlich geil. Alles in der Beschreibung, haut rein und ja, ciao, ciao. German Top CD Shots José Leene B. 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 Untertitelung des ZDF, 2020